Nil-Rab, Noli-Bab, habe ich was Lustiges gesagt? Was ich sehr refreshing finde, ist, wenn vier Freunde ein Spiel miteinander spielen. Deswegen würde ich das jetzt gerne machen, aber es ist ein bisschen verrücktes Spiel, weil es geht darum, dass man Filmtitel rückwärts vorliest und wir müssen dann erraten, was für Film oder Serie das ist. Und es entscheidet jetzt einfach das Los. Ich gebe euch so verschiedene Dinge. Das krieg ich, das kriegt die Crystal. Hier, Julia, bitte sehr. Dankeschön. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich fange einfach mal an. Und ich werde es deutlich aussprechen. Nil-Rab, Noli-Bab. Nil-Rab, Noli-Bab. Habe ich was Lustiges gesagt? No? Wie? Babylon Berlin? Ja. Wow! Nämlich nicht so, ich habe auch aufgeschrieben an den Tisch so. Oh je. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Siehst du das? So ist es spürt. Siehst du, so ist es spürt. Fun, Fun, Fun. Darf ich die nächste? Okay, Achtung. Rifficool. Lucifer? No. Ja! Wirklich? Ja. So ein super Film. So ein super Film. So ein lustiger Film. Bladerunner. Jawohl! Das hat sich voll unsehr. Das hat sich ein fotografisches Gedächtnis. Ich kann es nicht. Ohne hinschreiben geht es nicht. Ich wollte jetzt nicht hinschreiben, weil es war mir schon beinig. Ich lade einfach Leute hier zu mir ein und dann gewinne ich jedes Spiel. Teil 2 zu. Was euch macht. Aber gut.